Es kommt natürlich jetzt für dieses Handschuh und das zieht das dauernd. Der Sportline-Boxer hat mit seinem Trainer agiert und so was erweitert. So, in jeder Vergangenheit gab es in Mannheim ein Wartengewichter Edgar Basel. Wir wollen den einen gar nicht vergessen. Es wird zwischen ein Duo und Fanale, woran es sich vorstellt. Ja, also die meisten guten Amateure waren in der Spaniener Hochschule. So, wir wünschen für den Samstag für seinen Öksemprofingang Marcel Wadders. Alles gut drin. Und vor allen Dingen natürlich ein gesundes Borstensort, dass der Öksemprofingang siegreich übersteht. Das ist natürlich auch Vorsicht für die Fotografen dieses Landes nicht früher. Sascha Alexander-Alexel. Von dem waren den Pensionen. Die rote Ecke in Person. Fritz Sturek. Spannende Störer. 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 Eine gute Fahrgabe. Ich bin der Lerner. Und das war ein ganzes Mal ein tolles Mal. Nach dem der Exif jetzt mit seinen Negativerlebnis war, musstest du da viel arbeiten, um ihn wieder aufzubauen? So ein Negativerlebnis war das war ja natürlich ein Fehler für mich, dass er jeden Hammer gott. Er hat mich beschlimmelt. Er war krank vor und kam erst wieder vor und ich habe dort zu viel Geld. Wenn ich das war, außer ich hätte Arzt, dass ich mich an die Wacht waren. Er ist korrekt und hat nicht angebrochen, weil er gesagt hat, bevor er viel war da. Aber man darf ihm doch nicht zu sehr zu ihm vertrauen. Ein kleines Spielchen. Sie denken, das ist alles ein bisschen hier zurück. Nein, das sind wirklich so Trainingsübungen. Das ist die Tätige Arbeit. Ja, die Beweglichkeit, die Beinarbeit, alles spürt da eine ganz gute Koordination für die Beinarbeit. Es ist auch ein bisschen Konditionsbremium. Da wollen wir hoffen. Da wollen wir hoffen. Da wollen wir hoffen. Da wollen wir ja nicht. Aber ich glaube, ich kenne ihn und er soll ja immer Poster sein. Aber er hat in seinem letzten Kampf hier in Deutschland bei Herrn Sauerland geboxt. Dann hat er gegen Herrn Rikschina nach Punkten verloren. Was ein, nach Meinung der Experten, die am Ingmar, ein Fehler mehr war, kann ich nicht. Ich war nicht dabei. Aber auf jeden Fall, Herr Rikschina ist auch nicht dabei. Wir können dazusagen, dass du nicht und alle Trainer brauchen hier, oder? Sondern die Sportverein stehen sechs Tage die Woche. Und wir müssen morgens, mittags und abends fragen, dass der Junge da Handschuhe trifft. Und das natürlich nicht. Nein, ja, das bist du nicht. Das sage ich aber auch gleich. Da wollen wir ein bisschen Musik untergeben, damit wir dann irgendwie mit Musik geschlagen werden. Massent, Massent, Massent! Die Musik war ein bisschen runter, ich hab das Gefühl, die hat schon mal gehört, ich hab das Gefühl, die hat schon mal mit Teppich zu groß und davon. Und selten, das war bei so einem Training-Kipp und Kipp voll drauf, aber es scheint ein bisschen der Klausur-Lografen zu sein. So, wenn wir sagen, schönen Dank für euch bei Ausgaben Samstag muss ich ihn betreten, und zwar wegen Janne-Kamera, Carrie, Lena, Klus, und das ist die Aufgabe, die schwer genug wird, Alessia, die Fotografen wollen nicht, also, Positiv zu. Die radiophilischen Männer so tagsendlich, die Frauen ja auch fast sagen. Ich glaube, wir haben ja schon einige Latinos in Deutschland gehabt, die gegen einen Doppelpasser in Rutschland sind, sind immer zäh und kämpfen immer bis zum Letzten und man muss bei ihnen immer sehr erksam sein, weil sie wirklich noch rauskommen. Ich bin unglaublich froh und sehr stolz, dass ich es geschafft habe und vor so vielen vielen Zuschauern dann jeden Abend noch rausklaufen kann. Das ist ja alles zum Glück. Äh, ich sag' es, in der Ecke würde genau geilen. Und, ja, das war so. Geil. Und, ja, das war so. Ja, das war so. Da sagt es gerade selber, dass ich den Applaus mache und ich das auch probiere, denn, wie ist es eigentlich ein Eck Baum sicher hatte und das ist besser als ich glauben. Ja, nur so ein älter Schaltwilliges. Und der hat es nicht ganz gedussten. Dann schieben wir gleich den nächsten nach. Und zwar kommen wir zu einem Kampf, da geht es um das Ost-Ausbett-Universität. Und sein Trainer ist Robert Murray, CEO. Das Team ist groß, mit sechs, sieben Personen sind sie angereist, wohnt hier. Ich bin gefragt, sein Kampfname ist Fast Heavy, und das ist schnell an ihm, schnell an seine Hände, sagt er, schnell an seine Küße, und so gesehen, wer will er ein Schnell-Schnellgewicht erleben. So, Show us the workout, zeig uns ein bisschen was von. Ist ja nicht so döllig zu sein für die amerikanische Schwierigkeiten. Er gehört zu den drei Besten, dazu gehört John Ruiz und und zwar auch Christian Riola. Das ist es ja, oder? Das ist es ja. Ich glaube, dass er sogar der Beste ist. John Ruiz ist ein wirklich alter Mann. Christian Riola muss das erst mal beweisen. Ist jetzt also nur Pfeifen geboxt. Ich habe nichts gekannt. Nichts gekannt. Okay, die amerikanische Lieben als Amerikaner, was sie so wenig haben, das muss man froh mal sagen. Aber ich habe ihn ja voriges Jahr gesehen in Berlin. Also Hamburg gefällt ihm schon mal besser in Berlin. Das ist ja schon ganz positiv. Er hat den Projekt hier geboxt. Er hatte gut gesehen, Russen, Projekt gegen Faklen, aber auch von der anderen Seite. So, Robert. Just a few questions. So, we worked with Eddie in a long time. So, what is bass quality? Was ist eine größte Qualität? Also, es war eine große Herausforderung. Also, ich habe mich über die Kampfsgeber, die noch nicht mehr die Kampfsgeber, die drangemacht werden. Er sagt, am Samstag werden Sie sehen, viel Geschwindigkeit, viel Power und er hofft, dass er dort gewinnt. Wir sagen auch Ihnen, well like, viel Glück für Samstag im Schwimmig-Zwebiger-Hohenemelter gegen uns dem Mannsteller-Lebenlein vor. Und jetzt sehen wir auch, was es letztendlich heißt zum Schwimmig-Zwebiger. Wirkungstreffer im Schwimmig-Zwebiger, wie sollte man das vermeiden? Und das heißt, möglichst, das nennt sich dann Mike-Bewegung, also Ausbruchbewegung. Das sind glaube ich mal die Spielchen, die auch kurz verwendet werden. Kurze Seite, dann ganz schnell zur Seite oder ausgeräumt sind. Geschwärte Ausbrüche. So, aber diese Übung, die ist jetzt entscheidend. Also wer hat viel Spaß bekommen? Und Ihnen noch ein schönes Show mit mir. Und Marcel, dir ein Dank für viele, viele schöne Jahre und wir zusammen lieben. Vielen Dank!